Hey Leute, willkommen zu Season 4, yeah, kam gerade raus vor ein paar Stunden, weniger als ein paar Stunden und wir spielen das natürlich wieder mit Mützi, es gibt hier neuanscheidende Herausforderungen, wir müssen uns qualifizieren ein paar mal, ah ne, mit einer Gruppe Runde 2, ach keine Ahnung, wir werden schon sehen, wir fangen an mit FG, also Fallguy4041 und dann machen wir später die Truppshow mit ganz vielen Leuten, yeah, ich habe noch nichts angesehen, ich kann keine Level, ich habe nur die ganzen Level-Up-Belohnungen und den Job angeschaut, Mützi kennt alles, er kann, uns dann ein bisschen mehr Insider-Wissen verraten, ich habe schon alle Leaks gesehen, ich kenne absolut alles, habe auch schon alles auf Twitter gesehen, was sie gepostet haben, und ja, ich bin extrem gehypt, ja, ich auch, Ich fühle mich viel back in Season 3, das Problem war aber, Season 3 wurde schnell langweilig, weil ich so oft gespielt habe, und dann gab es nichts mehr zu tun, So, aber ich glaube, Season 4 könnte das beheben, wenn sie es beheben, dann wäre das super, okay, bei mir leads, bei mir leads, ich habe, ich habe ein Standbild, Alter, sieht das cool aus, Alter, sieht das cool aus, holy shit, ich liebe diesen futuristischen Scheiß einfach, ich finde das so cool, Äh, ich habe immer noch Standbild, hast du auch Standbild? Äh, ja, jetzt geht's, jetzt geht's, okay, jetzt geht's los, LOL! Das erinnert mich an, äh, Mario 3D World, da gibt es ja auch manchmal in Mansion 7 so Passagen, wo so ein schwebendes Wasser ist, einfach. Das ist kein Wasser. Nein? Das ist so eine Anti-Gravity-Zone, da ist die Gravity so ganz leicht, also da fliegst du richtig weit hoch. Noch niemand hat den Among Us Skin, ne? Oh, mein Spiel hängt, okay, jetzt geht's. Alter, warum lag das Spiel so ein bisschen? Scheiße, die Slava belastet, wow! Wow! Nein! Alter! Fuck! Wie das ist crazy! Okay, sind überall Saturn? Nein, die fallen da und runter. Was ist runtergefallen? Andauernd, ja. Neu! Ist aber so ein Waluigi-Flipper! Was musst du denn hier machen? Wow, ich bin abgestoßen von Sternen! Hm, immer wenn da jemand, immer wenn da jemand drauf tritt, wird so ein Stern abgeschossen. Alter, ist das cool! Nein! Okay, okay, aber ich verstehe es, ich verstehe es. Jaum, das wechselt immer. Jaum! Genau, das sind wie diese Beep-Blöcke aus Mario 3D World. Okay, das ist cool. Was ist hier? Okay, das ist wie DoorDash. Also nicht DoorDash, sondern DoorHunger. Immer wenn man auf den Schalter trägt, gibt es eine andere Tür auf oder zu. Ja, da kann man ja voll trollen. Hä, wo ist denn lang? Ach, hier runter! Oh, Leute, nochmal auf. Mach das auf! Oh, die Musik! Da sinkt jemand! Da sinkt jemand! Da sinkt jemand! Ja, hier runter. Da-da-da-da-da! Boah, Junge, ich feier das so hart einfach. Hab ich's geschafft? Ist hier das Ziel? Ja, da oben ist das Ziel. Ich warte auf dich, ich warte auf dich. Bin auch fast da. Wir haben beide auch unsere Lieblings-Skins drinne. Extra für den Hype. Oh, wie Kuschel-Chill. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein! Ue, äh, tap! Der Ninja war nicht hübsch. Ey, ohne Witz, mein erster Eindruck, megageil. Ein bisschen lang, gebe ich zu, aber lang muss nicht unbedingt schlecht sein. Bing, bong, bong, bong. Das sind auch die hier schon was krasses sehen. Und das ist ja cool, das ist ja cool aus, das Bild. Rollweg. So geht's, lauf über die rotierenden Ringe, um die Ziellinie zu erreichen. Also es ist einfach Rollfeld als der ganze Stage, von A bis B. Ja, Rollfeld als Rennen quasi einfach. Ja, okay, das ist cool. Also ich mag das, aber das Einzige, was ich hier nicht so mag, ist halt, dass es von der Aesthetik überhaupt nicht passt. Ja, aber das wirkt so, als wäre das so ein Mid-Season-Update für Season 3 gewesen, aber da haben es dann doch gecuttet für was anderes. Aber ich wundere mich, dass noch keine Sucht, die sie in der Among Us-Skin haben. Weil in der Among Us-Skin kriegt man nämlich im Season Pass. Wenn man ein bisschen spielt, so, ich glaube, die Hälfte durch hat, dann kriegt man den. Und ich glaube, das war dumm. Oh, nein, war es nicht. Haha. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Das erinnert mich aber ein bisschen an, ähm, Wippen. Ein bisschen erinnert mich das schon an Wippen. Ich weiß nicht, wieso. Hi. Same Energy. Wow, wow, wow. Alter, alter, alter. Wah. Yes, okay. Hast du es gesehen? Guck mal. Ja. Guck mal, hier ist wie Tic-Tac-Trauma. Ähm, in Mario Kart. Ja, ich meine, das ist meins. Wah. Okay, cool. Jetzt soll das tonnen. Okay, komm, das rein. Wir sind leider der ersten gewesen. Wow, ich habe das im ersten Mal gespielt und habe es sofort in ZIP verstanden. Schalterkreislauf. Wir bewinde die Hindernisse und renne zwei Runden auf der Strecke. Guck mal, der sieht aus wie so ein Cyberpunk. Höhöhöh. Aus dem Jahre 4041. Hahaha. Cybergeist 4041. Ja, aber die DCs gibt es immer noch nicht. Ich habe extra mit Geld. Meta-Tonic. Shut up, take my money. Ich will fucking aussehen wie ein Hatsune Miku. Ja, diese Vorschau ist voll so wie Mario Kart gerade. Aber no joke. Leute, das ist sogar Mario Kart. Das geht einmal rum. Leute, ich weiß gar nicht, wie lustig ich das finde. Das ist einfach gerade Mario Kart. Oh Leute, es bewegt sich. Oh nee, wir müssen schieben. Okay. Oder drüber rennen. Ich bin ganz weit vorne. Ja, ich sehe es. Du bist einer der ersten. Alter, bin ich gut oder was? Fuck. Ich habe nichts gesagt. Wooo. Fuck. Ich bin stuck. Haha. Scheiße. Aua. Ja, wow. Joink. Okay, okay. Ich mache einen guten Job, glaube ich. Und dann kassiere ich auch noch. Ich stelle mich an. Ich bin letzter. Okay, das könnte ein bisschen verwirrend sein. Ich war Merz. Oh. Oh man. Das tut mir so leid für dich. Wee. Okay. Bei der ersten Runde habe ich fast fertig. Okay, ich habe meine erste Runde fertig. Was? Okay, die sind so Magieschilder, die gehen dann immer weg. Es gibt mehr als zwei Soundtracks mit sie. Wirklich? Ja, hörst du noch. Das ist der ein Array Soundtrack. Das ist der einzige, den es gibt. Achso, das war doch von vorher. Und ich habe sie sehen. Ich mag den aber. Malke, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich bin letzter. Echt jetzt? Ja, ich bin letzter. Weil ich am Anfang so lange stuck war. Oh, das tut mir so leid. vor allem ich kenne die map gar nicht und ich stelle einfach besser ab als du holy shit und ich dachte immer ich war schlechter als du weil du viel mehr gewinnt viel öfter gewinnt als ich der erste hat jetzt schon geschafft und ich bin noch bei diesen drehenden plattform ich hab's auch schon geschafft lassen wir zu gucken wo bist du guck mal ich bin erst hier bin letzter ich schaff's nicht mehr das tut mir leid ich werde dich rechnen basketfall erzielt punkte indem ihr bälle in den gegnerischen körper befördert arbeitest du also es ist einfach nur die seine lucia bei map nur diesmal mit regenbogen plattform und wow esthetik michael's basketball du musst die bälle da in die körper rein werfen oder wie ja du musst die grab und dahintragen und dann reinwerfen jetzt jetzt da rein werfen wie geht das so ich mich wollte okay das ist cool dass ich das mit gravitation arbeiten das ist wie mark hat acht mag nicht in deinem eigenen korb ach so ja ich bin gelb ich bin gerade in eine richtung gespawnt habe ich habe kein eigentur gemacht oder ich bin gerade nicht irgendwie sein what the fuck wie was ist er geflogen was ist gesehen ja ich will den goldenen wir verlieren alter nein hat doch die schnauze man nein wir verlieren nicht viele verlieren nicht nein 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 man dann abgibbi gibi ist der zehs ist ja nur trage ich habe das hast ja triesten Sign deishand gleichstand gleich schand ich frage mich wer das gesungen hat hat sie an wie so eine lolly wie so eine anime stimme weg ist der hat so eine mikrofolge ach so der aus dem trailer ich war natürlich sehr knappes spiel das ist spannend jetzt und pisser du pisser das macht er extra das machte wo kommen alle die fliegen alle hin und her durch die ganze gegend als ob wir das noch schaffen er hat eigentor gemacht ja wir schaffen es nicht ja zumindest mehr als die hälfte der maps gesehen und da du ja auch gestorben ist sowieso besser wenn du mit spielst ja was glaubst du wie viele levels mache ich ich sage auch drei okay ich habe sechs kronenspitter bekommen wegen einer mission keine ahnung okay ein fälziges alien sich mal an warum nicht eine krone ein verbindungskostüm äh mustermann nicht pelziges alien unterteil und das war's ja dann bist du ein level weiter als ich habe ich gerade eine krone ach so ich habe die kohle bestimmt genommen warum heißt das wolkenrennen ich sehe aus dem hintergrund gar keine wolken auf die ich laufen kann auf englisch heißt es skyscraper stumble oder so das war's gesehen diese startung mit diesem laser was was für eine statur rechts wenn es rechts guckt siehst du schaut oder rechts mit dem laser ich glaube ich bin blind ja also ich bin es aber 재밌lich nicht zu die ich wusste ich was zu lassen ich war ja ja auch okay auf den füllen gekommen der ps habe ich weggeschoben Machst du dieses mal die Flipper? Ja, aber die Pisser schubst mich die ganze Zeit weg, die anderen. Ich gehe wieder den langen Weg. Nein, ach man, die Flipper funktionieren nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Dieser hat so eine Mikro Stimme, ne? Ja. Heißt das, sie ist der einzige Fallgeist mit einer eigenen Stimme. Alle machen der Wu und sie machen Bambam den Bildern. Ja, sie muss ja irgendwie special sein. Ne die Flipper, ich probiere sie gerade noch mal, aber... Ja, lol, ich habe sie, ich habe sie, ich habe die Flipper geschafft, ich bin... Erster kommt, nein, nein, NAAA! Er wollte nicht aufstehen, ich wäre erster gewesen. nicht nur das ist allgemein oder erste reihe bei mir sind vier raketen hintereinander haben wir gerade drei stack an meinem kopf energiekontrolle holt euch mit tasten batterien und fährt felder das team mit den meisten gefärbten für okay das ist platoon ist einfach paint ist es paint kann oder ist das erste tun also muss ich über die felder rennen also wie so ein roller ja du musst drüber laufen roller ist roller und so ein ding nehmen und ding nehmen und dann färbt es ein alles lass mich doch in ruhe alter lass mich das ist meiner jetzt dieser scheiß sharkboot ist gegen mich in diesem team der verfolgt mich lass mich in ruhe alter ohne witz und wenn die gegnerischen färben ja klar spät tun halt ja ich dachte da sterbe ich vielleicht wenn ich da drauf lande also responden meine ich war hier einfach so ein ding rum ey du pisser der klappt mich einfach nein der fährt alles um darf er nicht ich laufe hinterher wir gewinnen guck mal oben wir gewinnen das sowas von okay ich liebe dieses mini game das ist ein gutes mini game team ich finde dass das baut richtig gut auf ja auf gute teammates auf aber mark die holen auf du bist du bist du bist du bist du hast mich droht nein die holen nicht auf der scheiß mag man das akzeptiere ich nicht mich weil die für dich los schaffen guck' mal er darf ja wer merkt das gleich mache alles verkwanz er gerade hin baut wer hat es nicht hätte bitte da nein 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 die waschbärhexe nein 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 die ob agiphing Geppert, 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 die scheiß Oma. Okay, das ist noch so ein Team. Okay, wir haben gewonnen. Yes, sehr gut. Okay, das ist eins der besseren Minigames. Hundertprozentig. Wenn nicht sogar das beste Team-Minigame. Wippkanonade. Lass dich nicht in den Schleim schleudern und... Oh, lol, das ist wie Mario Party. Ja. Das ist einfach Mario Party. Jetzt müssen wir die Mario Party Musik einblenden. Weil es kommt wahrscheinlich sowieso die gleiche, oder? Wieser Mädchen? Ja, dann bleibt einfach die gleiche ein bisschen gerne. Oh, Leute, komm, Sterne. Oh, fuck, Black. Oh, das ist Controller. Oh, ein Magnet oder so. Okay, aua, aua, aua. Okay, das ist schwer. Oh, die Controller sehen so cool aus. Nein, alter, 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 alter. Was warst du, Leute? Für vier Leute nur. Hä? Warum haben wir es dann überhaupt gespielt? Vier Leute ist nichts. Ich wusste, dass er gewinnt. Das war nämlich der, der oben noch so eine komplette, komplett unberührte Ebene für sich allein hatte. Jetzt erklär mir mal. Warum kann man mittlerweile in der Runde drin rausliehen, wo die noch nicht mal angefangen hat? Aber das kann man immer noch nicht skippen. Wollen die mich komplett verarschen? Stimmt, das ist so ein Bullshit. Es kotzt mich so hart an. Oh, mein Gott, du bist gestorben. Lebst du jetzt nicht mehr? Ja, deshalb bin ich jetzt... Hä? Okay. Hä? Neu, ich spawne und werde zurückgekickt. Wie unfair ist das denn? Oh mein Gott, Mike. Warum heißt das Spiel bei mir Schlitzkreislauf? Hä? Bei mir heißt es Folterkreislauf. CF? Ja, warum ist das... Ist das da einfach hyperrealistisches Blut? Ist das mit ja auch der ganze Bildschirm rot? Ja. Hä? Was ist das? Lol. Siehst du auch die Heulbojen? Ist das da hinten auf dem Gebäude? Siehst du da Sonic? Ich sehe das Slenderman. Oh mein Gott. Was macht der denn hier? Haben die Koller? Was? Ich finde es lustig, wir alle schon irgendwelche besonderen Skins von den neuen Seasonen haben. Ich bin mal gerade an die Garton-Tour. Oh, hier ist ein Weihnachtsmann. Okay, dann war mal ein Zück. Weil das Mann passt so gar nicht einfach. Hä, wieso? Woher willst du wissen, dass da jetzt nicht gerade Weihnachten ist? Hä? Ich kann das nicht unterscheiden. Ich finde, man sollte einbauen, dass man irgendwie so einen Effekt sehen kann in seinem Charakter. Dass irgendwie so Pfeile nach oben gehen oder Pfeile nach unten gehen, ob der jetzt Gravitation hast oder nicht. Das sieht man. Ne, ich erkenne das nie. Also du kannst ja auch merken, schwere Gravitation ist, dass du schneller runterfällst, ist pink. Und das andere, dass du leichter nach oben fliegst, ist blau. Ich habe zwei Nachrichten. Ich beantworte, ich kriege drei weitere Nachrichten. Oh, Hoverboard-Helden. Um ins Ziel zu kommen, fallen nicht vom Hoverboard und überleben bis zum Schluss. Okay, nicht mehr drucken. Nicht mehr drucken. Wir müssen das jetzt spielen. Weg und ganz wichtig. Ganz wichtig. Du darfst wirklich nicht runterfällen. Wenn du einmal runterfällst, bist du weg. Also Schleim-Tragschleim. Ja, das Schleim. Okay. Deshalb musst du ganz genau aufpassen, was du machst. Loll! Guck, wie das aussieht. Und, Mike, du darfst auch nicht zu langsam sein, weil da bei der Plattform-Section das Hoverboard fliegt weiter. Bedeutet, es kann sich auch im Stich lassen. Also man muss auf dem Hoverboard die ganze Zeit bleiben. Ja, außer da, wo du halt absteigen musst, musst du halt trotzdem schnell sein, damit es dir nicht wegfährt. Das erinnert mich voll an Marifin 60 bei Bowsers Loverveld, wo man auf so eine Plattform so übergehen muss. Oder es gibt auch andere Level-Bug-Section, die auch so aussehen. Auwa, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, alter. Auwa, auwa, ich schaff's nicht mehr. Scheiße. Lass mich durch. Nein! Hä, ich bin durchgeglitcht. Okay. Ist mir recht. Okay, wie groß ist das Hoverboard? Okay, das ist voll fair, das Hoverboard. Das ist voll fair. Oh, scheiße, ich muss rechts achten. Hier wird man beschossen. Ja, ja, ich seh's. Oh, die Sterne, die Sterne sind am gefährlichsten, oder? Aber wir müssen abspringen. Genau, hier musst du jetzt abspringen und schnell sein. Du musst schnell sein, weil sonst lässt sich das Ding im Stich. Ich bin durch die Dinger durchgefallen. Durch diese Waluigi-Dinger bin ich durchgefallen. Alter. Junge, das ist so schwer. Waluigi-Dinger vor allem. Durch diese Flipper-Dinger bin ich durchgefallen, einfach ohne Witz. Da darfst du nicht drüber springen. Ich würde dir empfehlen, wirklich durch die Mitte zu gehen. Ja, das hast du mir nicht gesagt. Alter, 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 nein. Oh. Alter, wie knapp. Das möchte ich gerne nochmal spielen. Damit ich's auch verstehe. Die Map ist auch sehr schwer. Oh, guck dir diese Raumschiff-Folge an mit ihrem Controller. Der ist kein Scheiß. Vor allem hier am Ende ist nochmal so eine Risky-Situation. Hier musst du dich darüber schießen lassen ins Ziel. Als ob. Das ist scheiße. Aber es ist nicht schwer. Einfach hier so in der Mitte stehen. Dann schaffst du's. Nee, glaub mir. Da werde ich öfter sterben, als man sollte. Oh, Alter. Die Dinger sind extrem stark. Da passiert eigentlich nichts. Goodbye, Chromad. Goodbye. Oh mein Gott. Witzi. Du bist einfach die Heil-VTuberin. Oh mein Gott. Leute, bitte spendet mir Geld. Ich hab nur gewonnen durch eure Spenden. Das ist sehr irgendein. Ich hab immer eine hohe Stimme und schreie immer um, damit ihr alle Geld gebt habt. Hallo. Ach, diese... Leute, das sind Fidget-Spinner unten. Leute. Das sind Fidget-Spinner unten. Ey, was sind Fidget-Spinner? Das will ich aber gleich sehen. Das zeigst du mir gleich. Also, die sind doch beim Labyrinth. Junge, die laufen im Kreis. Guck dir deren Skins an. Okay, der eine, der hat einen Amazon Prime Skin. Jo, warte, geht der doch nicht. Was hast du? Nein, nicht der Lagn. Nein, 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 du bist da... Krass, abgehakt sich die Gegner in weiter Entfernung bewegen. Guck mal da nach hinten. Die abgehakt, die sich bewegen. Voll am Lagen. Und da hab ich so gemerkt, hm, warte mal. Hm, Moment mal. Pig-i-ping-pswig-i-ping-ping-ping-ping. Fall nicht in den Schleim. Oh, Dankespiel. Ich dachte, ich soll da jetzt reinspringen und dann gewinne ich. Das ist nur das komplette Gegenteil von Perfektes Paar. Ja, wow, jetzt hängt das da fest. Hä? Wieso komme ich da nicht rüber? Junge, sind die irgendwie bescheuert oder so? Nein, ich glaube nicht. Schön, dass der Schneemann ist wenigstens. Du musst da rüber, du musst da rüber, nein. Nein, du musst da... Ja, okay, er hat es mit sie rausgefunden. Oh, hier ist ein... Oh mein Gott, hier ist ein Among Us. Oh mein Gott, hier ist ein Among Us. Er heißt jetzt eigentlich so, hallo, ich bin ein Among Us. Ja, ich wusste ja nicht, ob er Sass ist oder nicht. Sass ist Among Us. Sass ist Among Us. Du kennst es? Du kennst es? Higa! Higa, das ist ein Trip. Higa, das ist ein Trip. Higa, das ist ein Trip. Bis zum nächsten Mal.